Wir sind Kinder aus Eltsach. Eltsach ist handwerklich, modern, freundlich, schön. Wir sind Firma TM Technik hier in Eltsach am Polzberg 1 findet ihr uns. Wir haben eigentlich soweit vieles im Verkauf für was man im Garten braucht, was der Landwirt braucht, um seine Felder zu bewirtschaften, was der Forstwirt braucht, um die ganzen Wälder, die hier in Eltsach sind, zu bewirtschaften, aufzuräumen. Das verkaufen wir soweit hier in unserem Verkaufsraum. Motorsäge, Freischneider mit Benzin. Das ganze, was wir hier vorne verkaufen, tun wir auch in der Werkstatt hinten reparieren, Service bieten und das einfach den Kunden ein Rundumpaket hat. Wir haben Rasenmäher-Roboter, die automatisch, autonom den Rasen mähen beim Kunden, was einfach schön immer klimatisch sauber ist, dass der Kunde in seiner Freizeitkante Rasen und Garten genießen kann. Jetzt hätten wir euch da draußen auf der Wiese da vorne das Husqvarna-Logo aufgemalt mit Vor-Signierkreide und dann dürftet ihr das jetzt mit dem kleinen Rasenmäher hier in der Ecke einmal ausmähen. Wir sind auf der Suche. Ganz dringend bräuchte Verstärkung für die Werkstatt. Also wenn einer Lust hat und nachher irgendwie schrauben will oder so, ist bei uns gerne willkommen, kann vorbeikommen.